Long Dock Roussillon Midi Pyrenees ist der vorläufige Name der neuen französischen Region, die am 1. Januar 2016 durch den Zusammenschluss der bisherigen Regionen Long Dock Roussillon und Midi Pyrenees entstand. Am 24. Juni 2016 entschied der Regionalrat, dass der endgültige Name Ossetanie sein wird. Rechtswirksam tritt der Name am 1. Oktober 2016 in Kraft. Namensfindung Der Name bildet sich aus der alphabetischen Reihenfolge der fusionierten Regionen und wird spätestens zum 1. Oktober 2016 durch einen endgültigen Namen abgelöst. Die Ergebnisse der Volksbefragung vom 9. Mai bis 10. Juni 2016 veröffentlichte Carol Dagger am 16. Juni nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen. Mit großem Abstand stimmten 44,9% der wahlberechtigten abgegebenen Stimmen für den Regionsnamen Ossetanie, abgeschlagen auf Platz 2 mit 17,9% der Name Long Dock Pyrenees und auf Platz 3 mit 15,3% Pyrenees Mediterranee. Ossetanie per Catalan bekam 12,1% und auf Platz 5 mit 10% der Vorschlag Long Dock. Mit breiter Zustimmung stimmte daraufhin der Regionalrat für den Namen Ossetanie und dessen sofortige Verwendung. Gliederung Long Dock-Russian-Midi Pyrenees ist mit 72.724 Quadratkilometer die zweitgrößte Region und hat 5.683.878 Einwohner, womit sie die fünftgrößte Region nach der Einwohnerzahl ist. Sie unterteilt sich in die 13 Departements Arige, Aude, Aveyron, Gat, Gers, Haute, Garon, Hautes, Pyrenees, Euro, Lot, Lotzere, Pyrenees, Orient, Eels, Tarn und Tarné, Garon. Sie grenzt an die Regionen Auverne, Rhonealp und Provencealp, Côte d'Azur, an Spanien und Andorra sowie an die Region Aquitaine, Limousine, Poitou-Charront. Verwaltungssitz der Region ist Tulaus Städte Die bevölkerungsreichsten Städte der Region Long Dock-Russian-Midi Pyrenees sind Politik Politische Gliederung Die Region Long Dock-Russian-Midi Pyrenees untergliedert sich in 13 Departements. Regionalratergebnis der Wahl des Regionalrates vom 13. Dezember 2015 Liste Carol Degger 44,81% ist gleich 1.093.091 Stimmen, 93 Sitze Liste Louis Alliot 33,87% ist gleich 826.114 Stimmen, 40 Sitze Liste Dominique Rini 21,32% ist gleich 520.028 Stimmen, 25 Sitze Siehe auch Liste der Präsidenten der französischen Regionalräte Bewerbe